So, hallo, ich habe wieder zu bald gestartet, weil ZMZ noch gar nicht läuft. Äh, das haben wir gleich. Und Zarin ist nicht dabei, das merkt daran, dass ich eine spontane Aufnahme starte. So, ähm, aber kein Weihnachtsdings, ne, am Rand. Ne, gut, das dürfte auch schon weg sein, das war bei der letzten Aufnahme auch schon weg. Okay, so, ich habe folgendes von Zarin gesagt bekommen, wenn ich jetzt alleine weiter aufnehmen sollte, was ich gerade tue, kann ich bis zum drittletzten Level spielen, welches Eratorum irgendwas heißt. Also, das darf ich noch nicht spielen, aber ich denke auch mal, so weit kommen wir jetzt noch nicht. Also, ich schätze, ich brauche pro Video ein Level oder so, aber mal gucken. Ach, wir haben ja jetzt noch den zweiten Teil von dem Wasserlevel, ne? Stimmt, stimmt, da haben wir ja aufgehört. Ich erinnere mir, ich erinnere mir. Okay, ja, let's go. Oh, ist das auch wieder mit Geschwindigkeit? Ja, das ist auch wieder mit Geschwindigkeit, okay. Dann gucken wir mal, wie wir da am besten durchkommen. Da ist eine grüne Münze. Was hat... Wait. Irgendwas verpasst. Warte, wir starten den Raum nochmal neu. Oh. Ja, ich hab da irgendwas verpasst. Ups. Das erklärt natürlich schon viel mehr. Oh, dann muss ich hier... Ah, ja, mhm. Und dann muss ich an der Stelle die Shell loslassen? Warum? Das ist sicherlich schlecht, da hängen zu bleiben. No. Okay, wir haben eh einen Save-Point, von daher kann ich hier problemlos einmal ein bisschen mit States arbeiten, ohne dass ich Bedenken haben muss, dass ich mich ver-save-state, weil ich ja sowieso an dieser Stelle hier jederzeit rauskomme. Okay, so. Soweit ist doch alles in Ordnung. Und jetzt will ich da... Ah, ich kann halt nicht, ich muss da... Ah, okay, okay, doch, 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 genau so kann ich das. Das wollte ich nicht. Ach, soll ich die wahrscheinlich... Aber wieso soll ich die da an der Stelle wegschicken? Geht das nicht sonst normal weit? Also kann ich nicht... Ja, eben. Hä? Warum soll ich die an der Stelle wegschießen? Ich muss doch so hier durch. Na, das war jetzt schlecht. Also ich verstehe nicht das Wegschießen. Macht das irgendwas leichter? Irgendwie ja nicht. So. Bisher würde ich sagen, wir sind recht fix unterwegs. Okay, dieses wegschießen verstehe ich. Dieses wegschießen verstehe ich. Ups. Aber das hat auf dem Hinweg so gut funktioniert. Also beim ersten Mal. Jetzt passt gar nichts mehr. So, das ist... Das läuft extremst gut, muss ich sagen, hier. Muss ich hier... Ah, wahrscheinlich darf ich hier nicht zu oft nach unten drücken, oder so? Ich könnte ja sogar den hier machen. Ja, ich könnte sogar den hier machen am Schluss. Ja, das dürfte sogar ein bisschen schneller sein. Na, nicht so? Nein, das war doch... Hier loslassen und dann wieder stoppen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ich hab die... Ah, ich bin ein bisschen... Kann ich da direkt hoch? Ja. Kann ich doch. Okay, sehr gut. Okay. Viel schneller geht's nicht. In die Richtung weg. Oh, das war's. Das ging. Also ich... Klar, mit States, aber... Aber es ging. Also dafür, dass er gesagt hat, ich werde mich in dem Level aufregen. Ging das. Okay. Ich wüsste auch nicht, dass wir irgendwas gebraked haben. Das war voll okay. Das war noch massig Zeit. Okay. Ohne States, klar. Ohne States, ganz andere Lage. Völlig, völlig logisch, ne? Don't get me wrong. Okay. Lex Prima Newtonus. Okay, was hat Newton denn hier verloren? Schwerkraft. Was hat hier... Ah, ich will... Ich seh schon... Wait, aber wie komm ich da oben ran? Ah, Rutschi! Muss Rutschi. Wie war das jetzt? Äh, wenn ich abspringe vom Rutschen, dann geht das weg. Ich muss irgendwie weiter rutschen. Ah, ja, 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 ja. Und zwar so, dass ich... Ich muss noch ein bisschen warten. Der ist... Der so nicht. Und dann hier passend ab... Ja, okay. So. Und jetzt muss ich sehr... Ich bin ein bisschen erschrocken. Okay. Dann muss ich weiter rutschen. Ich muss wahrscheinlich das ganze Level durchrutschen, oder? Oh je. Der ist jetzt nicht so gut. Yikes. Also habe ich die Zeit, hier nochmal neu loszurutschen? Das ist die Frage. Ja. Okay. Ne, also ich glaube, ich muss doch nicht durchrutschen komplett. Aber es ist sehr viel aufs Rutschen bezogen. So. Ach, da ist übrigens der Conan Orb. Jetzt sehe ich den erst. Der habe ich vorhin gar nicht wahrgenommen. Oh, der Goomba ist... Äh, der Goomba, sag ich schon. Der Koopa muss... Muss leben. Aber da muss die andere... Oh. Ich hätte den einen Stein nicht killen dürfen. Weil dann muss ich hier rutschen. Der muss umdrehen. Ich muss auf den drauf. Und dabei den Stein wegrutschen. Okay. Ja, der eine Stein war zu viel, den ich gekillt habe. Verstanden. Okay, von hier aus ist ja alles gut. Bin ich dumm? Wie habe ich das gerade gemacht? Ich habe das doch gerade hingekriegt. Nein, falsche Richtung. Wie habe ich das gerade gemacht? Da bin ich doch einfach hier drüber. Hä? Das ist immer faszinierend, ne? Man macht etwas... Und es klappt super. Und dann will man es nochmal machen, dann klappt es gar nicht mehr. Hä? Wie bin ich hier runtergerutscht gerade eben? Also seriously? Hä? Kann ich bitte einfach das gleiche machen wie gerade eben? Da bin ich doch auch hier so angerutscht gekommen. Alles war cool. Ja, genau so. Okay. Okay, wir müssen nochmal warten, bis das runterfällt. Dann geht's. Genau. Und dann dadurch... Ja, okay, verstanden. Okay. So, jetzt muss ich hier hoch. Der dreht um. Und jetzt muss ich den halt mitnehmen. Okay. Stopp. Ah! Das ist gar nicht mal die Stelle, wo die Münze ist, so richtig. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell bin. Aber Hauptsache, ich schaffe den Stein. Achso. Vielleicht wäre es wirklich besser. Das ist so zu manövrieren, dass man wirklich bei dem... Bei dem... Ja... Ja, wahrscheinlich müsste man... Nee, passt schon. Alles gut, alles gut. Kannst manövrieren. Okay, easy. Das ist nur so ein bisschen weak werden, oder wie das heißt. Jetzt klinge ich wieder professionell und bin's nicht. Ah! Okay, so. Und... Wuii! Ah ja. Am besten, wenn das Ding oben ist. Wuii! Das war wahrscheinlich nicht so... Doch, das war okay. Doch, das war okay. Ja, das war nicht so okay. Aber das hier war doch dann... Passt. Stopp! Stopp, 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 stopp. Da ist doch nicht grundlos ne Lücke. Da ist doch nicht grundlos ne Lücke. Da ist doch irgendein Secret, oder so. Oh, achso! Da kommt ein Stein runter. Ich dachte, das ist vielleicht ein Secret, aber das ist einfach, dass man schnell sein muss. Ja, okay. Wartet. Kein Secret. Ah, verstanden. Da muss ich mich jetzt so andrücken. Hm. Ja, wait, aber ich muss ja rutschen. Ah, ich muss hier oben anfangen. Ja. Ja, okay. Mal gucken, ob's jetzt hinhaut. Ja, aber ich muss ja da... Ah, ich muss über den roten Koopa dann zusätzlich dahin und den Stein wegräumen. Ei, 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 ei. Ja, so nicht. Ne, so auch nicht. Das muss gut getimt sein. Oha, 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 oha. Nee. Nee. Vor allem ist... Ich weiß jetzt halt gar nicht, ob das mit dem Koopa dann immer zusammenpasst. Nee, tut's nämlich nicht. Oh je. Okay. Ja. Uh, okay. Woher weiß ich denn, wie das passt am blödsten. Warten wir noch einen Cycle ab. Bis jetzt mal. Nee, da ist der auch gerade am Hochgehen. Hm, hm, hm. Mal gucken. Ja, jetzt ist das Ding... Ja. Lol. Hä, wieso ist der Midwaypoint wieder da? Hä? Bin ich dumm? Jo, aber das passt mit dem Koopa nicht zusammen. Ich mach mal... Ich mach mal einen Neustart. Habe ich den nicht eingesammelt? Jetzt ist der Midwaypoint, sag ich, wieder da. Und wir haben wahrscheinlich gar nicht eingesammelt. Wie der Held, der ich bin. Okay. So schon eher. So, wir probieren's mal gleich praktisch mit dem mit. Und gucken mal, was passiert. Jetzt passt's auch. Okay. Es war vielleicht wirklich sinnvoll, neu zu starten. Jetzt passt's nicht mehr. Hä, bin ich jetzt wieder in der falschen State? Nee. Eigentlich bin ich im richtigen State. Aber vorne hat's gepasst. Okay, ich geh nochmal... Entschuldigung. Ich geh nochmal sterben. Wenn man's gleich mit dem ersten Cycle macht, dann funktioniert's scheinbar. Nee. Hä? Hä? Okay, wann funktioniert das? Ich meine, ich könnte mit LR arbeiten, aber das erscheint mir gerade auch nicht... Also, es ist auch kein LR da, deswegen lass ich's. Nicht, dass ich wieder irgendwas kaputt mache. Hm. Also, ich hab die Theorie verstanden, aber... Ich muss noch gucken, wie das genau jetzt umgesetzt wird, am besten. Hm. Dass das mit dem Koopa zusammenpasst. Na, guck mal. Vorhin hatte ich irgendwie es so gemacht, dass es gepasst hat. Ich weiß nicht, hab ich da zwei Cycle abgewartet, oder wie war das? Jetzt geht er nämlich runter. Also, wenn ich jetzt praktisch hinkomme, jetzt müsste es funktionieren. Nein. Bisschen eher. Also, noch bissl eher. Ja, 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 doch, das ist auf jeden Fall das. Nur noch ein bissl eher, wie gesagt. Ja, ja, okay, das ist das, das ist das. Gut. Also praktisch, wenn er jetzt das erste Mal runter geht, dann eigentlich direkt hinterher. Jetzt. Ja, 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 passt. Und es hat doch mit LR geholfen. Ich hoffe, ich mach damit nicht an und nix. Äh, 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 äh. Scheiße, ganz knapp. Ticken zu bald jetzt, oder was? Scheiße. Äh, ein Ticken zu spät jetzt losgegangen, oder wie? So knapp. Ach, was tue ich denn? Ja, das ist es auf jeden Fall. Okay. Ja, jetzt passt's, jetzt passt's. Perfekt. Yes! Okay. Es war dann doch LR, aber es hier war nirgendwo ein L abgebildet, oder? Also, ich denke aber mal, es war schon richtig, das mit L und R zu machen. So. Da ist der nächste. Abbrutsch. Tschüss. Okay, da muss ich drauf, wenn es... Ah, ja, ich verstehe schon. Da muss ich drauf, wenn es hoch geht. Und dann erstmal, erstmal warten. Oh, ja, ja, ich kann ja nicht gleich rutschen, wenn ich... Wenn ich jetzt eh schon drauf bin, kann ich auch gleich rutschen. So. Gut. Da muss ich rutschen, wenn das hochfährt. Oh, ja. Okay. Jetzt. Ah, das war zu langsam sogar. Krass. Wieder zu langsam. Krass. Perfekt. Das ist auch ein cooles Gimmick eigentlich. Da mal ein komplettes Level draufzubauen. Hat schon was. Wenn ich jetzt halt nicht dumm wäre, könnte man die Stelle auch schaffen. Leider bin ich's. Lern das nicht. Ich muss einfach nur wieder vom Dings runtergehen. Ja, das war zu wenig. Jetzt haben wir's. So, was ist jetzt hier los? Ich meine, ich will beide Steine da weg haben. So. Ich seh jetzt nicht, wie das groß anders gelöst werden könnte. Ich meine, ich kann mal folgendes probieren. Ich kann ja mal nur einen wegmachen. Warte mal, warte mal. Ich will nur einen mal wegmachen. Das muss gehen. Yes. Das geht. Einfach, ich will was testen. So. Will was testen. Ah, wir hatten es doch gerade. Ja, da war's doch. Trottel. Warum gehst du denn zurück? So. Okay. Jetzt kann ich hier oben aufmachen. Und kann hier eigentlich auch selbstständig einfach schon mal hochrutschen und den wegmachen. Und ich glaube auch, das soll ich. Wobei ich jetzt nicht mehr rund... Nee, 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 never mind. Nee, never mind, never mind. Ich muss den schon auch wegmachen. Es muss nur dann passen. Ja, es muss nur dann passen, dass der da durchläuft und ich in dem Moment dann schon... Oh. Oh. Okay, verstanden. Nee, eigentlich ist es egal. Na? So. Ich kann hier wieder mit einer R arbeiten. Und wenn der da drin ist... Eben, da drin kann die ja sein. So, das stört jetzt nicht. Die verschwindet ja nicht dadurch. Solange ich die im Bild behalte, ist ja alles okay. Alles, was ich jetzt halt hinkriegen muss, ist da hochrutschen. Und die Schell... Nö! Und die Schell verschwindet nicht mehr. Ich muss jetzt halt nur, wie gesagt, da hochrutschen. Ah, ohne, ohne... Ohne weitere Drehung. Drehung ohne weitere... Ja doch, ich darf mich nicht mehr drehen auf dem Weg da hoch. Was schon, was ich gesagt habe. So. Okay. So, und jetzt muss ich dann halt hier unterrutschen und dann da gleich weiter. Ja, okay. Das sieht doch ganz, ganz passabel aus. Ja, und da ist auch schon das Ziel. Nice. Also vielleicht. Vielleicht ist auch wieder ein Orbenziel und das hier ist ein Fake-Ziel oder so. Aber, ne, kann kein Fake-Ziel sein. Es gibt keinen Weg, das zu umgehen. Das war ein cooles Level. Okay, ich darf da nicht so schnell rüber. Jetzt ist die Frage... Hätte ich noch irgendwas anders machen müssen? Nein, passt. Alles gut. Oh. Okay. Offenbar muss ich noch irgendwas anders machen. Vielleicht muss ich ins Ziel reinrutschen auch? Ändert das was, wenn ich gerutscht bleibe? Nee, der geht automatisch in die Laufposition eigentlich. Kann ich ins Ziel rutschen, ist die Frage. So, stopp. Nee, ich kann nur reinlaufen. Okay, was muss ich anders machen? Was hilft... Also wie hilft mir der Chuck hier zu überleben? So, das Problem ist, dass ich da runterlaufe an dem Ding. Wait. Soll ich wieder scrollen? Aber ich mein... Dass der... Dass der nicht stirbt, aber der stirbt doch trotzdem. Oder? 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 Ja, ich rutsche trotzdem runter. Bonus-IT. Aber hier kann ich... Also hier kann ich nichts anders machen. Ich kann die Shell auch nicht mitnehmen. Ich wüsste auch nicht, was das bringen soll. Irgendeine Bedeutung muss der Chuck haben. So, stopp. Was kannst du, außer dass du da rumstehst? Wenn der da nämlich mal am Leben bleiben würde, dann wäre alles cool. Vielleicht darf ich den einfach nie reinladen. Vielleicht ist das schon der Fehler. Ups. Dann versuchen wir doch mal, den Chuck jetzt einfach nicht reinzuladen. Das hat auch nicht funktioniert. Aber ich denke, das ist es. Ich denke, ich muss soweit nach rechts scrollen, links scrollen. Aber ich meine, mich wundert's, dass halt nirgendwo ein R ist. Eigentlich musste man immer, wenn was mit scrollen war, war immer eigentlich R da. Aber da ist er noch. Da ist er noch. Okay. Hat er einfach in der Special World sich gedacht, ne, jetzt gibt's keine R mehr? Kann sein. So, jetzt gibt's keine Hinweise mehr. Wäre möglich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es, denke ich, richtig, was wir getan haben. Ich denke nicht, dass das ein Break war. Also ohne scrollen wüsste ich jetzt nicht, wie ich den nicht hätte reinladen können. Ähm, gut. Damit darf ich mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.